Schritt 4. Nicht-Elemente im Teamwork-Projekt reservieren In diesem Schritt stellen wir verschiedene andere Teamwork-Projektattribute vor, die sogenannten Nicht-Elemente. Dabei kann es sich um Attributeneinstellungen von Elementen oder Projekt-Navigator-Elementen handeln, wie beispielsweise Projektausschnitte, Layouts, Publisher-Sets und so weiter. Diese Nicht-Elemente, z.B. eine bestimmte Schnitt- oder Projektansicht oder eine spezifische Layout-Seite, können auch von Teammitgliedern individuell reserviert werden. Wir werden eine solche Reservierung von Nicht-Elementen durchführen, wenn wir die Arbeit an der zuvor erstellten, abgehängten Deckenstruktur fortsetzen. Wechseln Sie zur Archicard-Instanz von Eva Schulz. Erweitern Sie das Paneel Teamwork-Status in der Navigator-Palette. Beachten Sie den Bereich Teamwork-Status unten in diesem Dialogfenster. Wie Sie sehen, ist die Navigator-Palette frei zur Reservierung. Bitte beachten Sie auch das große blaue Symbol links von der Reservierungsschaltfläche. Die Farbe dieses Symbols ändert sich und zeigt den Reservierungsstatus des Dialogfensters an. Blau bedeutet, dass das Dialogfenster bzw. ein anderes Element frei zur Reservierung ist. Grün bedeutet, dass das Element von Ihnen reserviert wurde, sodass Sie Änderungen daran vornehmen können. Rot bedeutet, dass das Element von jemand anderem reserviert wurde. Grau bedeutet, dass keine Verbindung zum Teamwork-Server besteht, sodass der Reservierungsstatus nicht angezeigt werden kann. Außerdem kann Grau bedeuten, dass Ihre Teamwork-Rolle keinen Zugriff auf das aktuelle Element erlaubt. Öffnen Sie das Dialogfenster Ebeneneinstellungen über das Menü Dokumentation, Ebenen, Ebenenmodell. Klicken Sie auf die Schaltfläche Reservieren unten im Dialogfenster, um das Element zu reservieren. Der Teamwork-Status ändert sich in Bearbeitbar und die Farbe des Symbols ändert sich in Grün. Jetzt können wir Änderungen am Dialogfenster, Ebeneneinstellungen vornehmen und diese sofort anwenden. In der linken Spalte des Dialogfensters klicken Sie auf die Ebenenkombination Kollaboration ITL 4.3.6, um diese Einstellungen zu aktivieren. Klicken Sie anschließend unten links im Dialogfenster auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie Deckenspiegel als Namen für das neue Ebenenkombinations-Set ein und klicken Sie abschließend zur Fortsetzung auf OK. Dieses neue Ebenenkombinations-Set wird zur Anzeige der Decken verwendet. Wir haben eine neue Ebenenkombination mit dem aktuellen Status der Ebenen erstellt, da diese Kombination die Decken in der richtigen Weise darstellt. Klicken Sie auf Freigeben, um die Reservierung des Dialogfensters Ebeneneinstellungen freizugeben. Klicken Sie zum Abschluss auf OK, um die Änderungen anzuwenden und dieses Dialogfenster zu verlassen. Wählen Sie das Menü Dokumentation Modelldarstellung Modelldarstellung erstellen aus, um das Dialogfenster Darstellungen Modell anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Reservieren unten im Dialogfenster, um das Element zu reservieren. Heben Sie im Panel Optionen für Konstruktionselemente die Auswahl des Kontrollkästchens mit Markern unter Türoptionen und unter Fensteroptionen auf. Im Deckenspiegel brauchen wir Tür- und Fenstermarker nicht anzuzeigen, da es sich in diesem Kontext nicht um relevante Informationen handelt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern als, um das Dialogfenster Kombinationen sichern zu öffnen. Geben Sie Deckenspiegel als Namen ein und klicken Sie zur Fortsetzung auf Speichern. Wir haben eine neue Modelldarstellungskombination erstellt, die wir für den Deckenspiegel verwenden werden. Klicken Sie auf Freigeben, um die Reservierung dieses Dialogfensters freizugeben. Klicken Sie abschließend auf OK, um die Änderungen anzuwenden und das Dialogfenster zu verlassen. Jetzt erstellen wir ein neues Set von Grundrissansichten für den Deckenspiegel. Alle diese neuen Ansichten verwenden die gleiche Ebenenkombinationen, Modelldarstellungskombinationen etc. Am besten verwenden wir die Archicad-Funktion Ordnerklonen. Suchen und öffnen Sie den Ordner Planung EP in der Liste. Klicken Sie, um den Unterordner Geschosse auszuwählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordnerklonen, um das entsprechende Dialogfenster zu öffnen. Erweitern Sie das Paneel Identifizierung des Dialogfensters. Klicken Sie zum Auswählen auf Geschosse im Feld Projektmappenordner anwenden. Wählen Sie im Feld Name die Option Eigene aus und geben Sie Deckenspiegel im Feld auf der rechten Seite ein. Wechseln Sie im Dialogfenster zum Paneel Allgemein. Wählen Sie für das Feld Ebenenkombination die Option Deckenspiegel in der Pop-up-Liste aus. Wählen Sie 1 zu 50 als Maßstab aus. Wählen Sie für das Feld Modelldarstellung die Option Deckenspiegel in der Pop-up-Liste aus. Öffnen Sie das Paneel 2D, 3D-Dokumente des Dialogfensters. Wählen Sie Optimieren im Feld Zoom aus. Das Ergebnis ist, dass die Ausdehnung der Zeichnungen immer den gesamten Projektbereich umfasst. Klicken Sie zur Fortsetzung unten im Dialogfenster auf Klonen. Die Einrichtungen der neuen Projektausschnitte für den Deckenspiegel ist somit abgeschlossen. Der neu erstellte Ordner wird innerhalb des Ordners Planung-EP in der Ausschnittmappe platziert. Klicken Sie in der Teamwork-Palette auf die Schaltfläche Mein Arbeitsbereich. Dies zeigt alle von Ihnen reservierten Elemente und Einstellungsdialogfenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alles freigeben in der Teamwork-Palette, um alle Ihre Reservierungen freizugeben. Archicad gibt eine Warnung aus, dass Sie vor dem Freigeben von Elementen Ihre Änderungen senden müssen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden und Alles freigeben, um Ihre Änderungen an die Projektdatenbasis zu senden und alle Ihre Reservierungen freizugeben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Peter Spitz im Paneel Nutzer der Teamwork-Palette und wählen Sie Nachricht Senden im Kontextmenü aus. Geben Sie die folgende Nachricht ein. Bitte verwende für den Deckenspiegel die neuen Deckenspiegel-Ansichten. Wählen Sie Änderungen empfangen im Feld Optionale Aufgabe aus. Klicken Sie zum Abschluss Senden, um die Nachricht an Peter Spitz zu senden. Klicken Sie im Arbeitsbereich Paneel der Teamwork-Palette auf Änderungen senden und empfangen. Aktivieren Sie den Befehl Ablage sichern, um den aktuellen Status des Teamwork-Projekts zu sichern. Wechseln Sie jetzt zur Archicard-Instanz von Peter Spitz. Doppelklicken Sie, um die neue eben empfangene Nachricht von Eva Schulz zu lesen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen empfangen im Dialogfenster, um die von Eva vorgenommenen Änderungen zu empfangen. Nachdem die Änderungen empfangen wurden, sieht Peter die neuen Ausschnitt-Mappen-Elemente, die Eva im Projektnavigator erstellt hat. Wählen Sie den Befehl Ablage sichern, um den aktuellen Status des Teamwork-Projekts zu sichern. Kapitel 04 ist damit abgeschlossen. Im nächsten Kapitel setzen wir die Arbeit an der Ausführungsplanung fort und machen uns mit einigen der weiterführenden Funktionen des Archicard-Teamwork-Arbeitsablaufes vertraut.